Was will ich heute testen? Ich will heute mal testen, ob man Leder kaputt machen tut, wenn man Leder reinigen tut. Und zwar, weil viele immer sagen, man kann so einen Melaminschwamm nehmen zum Leder reinigen, würde ich nicht empfehlen. Das will ich heute mal testen und zwar, ich nehme da einen Pinsel, ich nehme eine Bürste und ich nehme von LMX, das ist der Ledermax aus Österreich, so einen Schwamm. Davon habe ich auch den Cleaner 1.1 und ich will heute einfach mal testen, Leder reinigen. Im Autoledersitze, ob man da mit dem Schwamm was kaputt macht oder ob man nicht besser was anderes nehmen sollte oder soll. So, dazu bin ich nach Bamberg gefahren und zwar, da gibt es in der Altstadt so einen Laden, das ist der Lederladen. Das werde ich jetzt mal kurz einblenden. Ja, in der Altstadt, schönes Geschäft. Der Besitzer, der Karl, der ist auf Zack. Ich durfte ein wenig filmen, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich sehen. Ja, von daher, wenn ihr mal im Bamberg seid, geht ihr mal in den Laden, der ist cool drauf. Ja, und schaut euch das einfach mal an. So, aber lange Rede, kurzer Sinn und ich will es auch testen mit der Maschine hier, ob man da was kaputt macht und den hier werden wir jetzt erst einmal schön teilen. Den werden wir jetzt mal zusammenschneiden da, weil den brauchen wir nicht. So, das andere Stück brauchen wir nicht. Und zum Schluss, jetzt habe ich hier noch einen Blog, der ist ganz spannend. Den habe ich von Glossboss, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Genau, LKA, liken, gucken, abonnieren, nicht vergessen. Und Mütze, Matze, Deluxe, mein Cousin, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Der ist auch auf YouTube. Das ist also ganz bekloppte, zwecks Detailing, Autoraufbereitung. Schaut mal auf den seinen Kanal vorbei. So, jetzt will ich erst mal testen. Stift funktioniert. Mal reinhalten in die Kamera hier. So, der funktioniert. Und jetzt habe ich hier mal ein Stück Leder hier mir besorgt. Ich habe auch schwarzes Leder mir besorgt. Und ich werde jetzt da mal einen Strich drauf machen. Da ist der Conditioner, da wo das Loch drin ist, da ist der Conditioner von LMX drauf. Ja, Conditioner 2.0. So, gehen wir mal hier rein. Hier, das ist der Conditioner 2.0. Das habe ich eingelassen und Kugelschreiber kriegt man fast nicht mehr raus. Aber mit dem, wenn das Leder gepflegt ist, soll das auf jeden Fall funktionieren. Ich gehe jetzt einmal hier hin und werde mal hier einen Strich machen. So, das ist typisch, dass der jetzt einmal wieder nicht funktionieren. Darum habe ich das auch hier schon mal getestet. Der will hier nicht funktionieren, aber es funktioniert doch. Und das werden wir dann, das werden wir hier dann zum Schluss hier, gehen wir hier hin, mal mit dem, ja, Reiniger von LMX, den 1.1 Cleaner, werden wir das dann mal am Schluss gucken, ob das funktioniert. Und jetzt fangen wir mal an. Das erste Stück Leder werden wir jetzt mal, ja, mit dem, mit dem Pinsel reinigen. Und zwar, ich nehme jetzt da einfach mal Wasser. Das wird jetzt halt vielleicht ein wenig Sauerei geben. Produkte zuvor immer gut schütteln. So. Und dazu habe ich auch hier solche Pads, ob wir irgendeinen Abrieb haben oder ob die Farbe weggeht vom Leder. Also von den Sitzen, von den Armaturen. Das will ich euch heute mal zeigen, mit was sie am besten reinigen dort, um, ja, das Leder nicht zu beschädigen oder das Topcoat, also die Oberfläche vom Leder. So. Da gebe ich jetzt einfach mal ein wenig Reiniger drauf. Das war, glaube ich, ein wenig viel. Ich tue das jetzt mal ungefähr, keine Ahnung wie lang, ein wenig reinigen, bürsten. Das solltet ihr gut sehen. Das schäumt und ich rubbel jetzt einfach mal da ein wenig. Das ist jetzt ein wenig viel gewesen. Das macht aber nichts. Das mache ich jetzt halt mal ein wenig weg. Ein wenig wegtupfen. So. Auf Seite legen. Und wir rubbeln jetzt mal weiter. Also, wenn ihr ein Lenkrad habt, Ledersitze oder Wangen. So. So. Das sollte jetzt mal reichen. Ich habe gerubbeln und gerubbeln und gerubbeln und gerubbeln. Und jetzt machen wir das hier mal sauber hier mit dem Teil hier. Also, da ist kein Abrieb drauf oder man sieht keine schwarze Farbe. Wie gesagt, schwarzes Leder. Also, mit einem Pinsel zerstört ihr auf jeden Fall das Leder nicht. Ähm. Und das ist auch Sinn und Zweck. Leder. Leder reinigen. Am besten, ähm. Alle drei Monate. Das hat der, ja, Ding immer gesagt. Äh. Leder. Leder. Max. Also, ja. Er hat das immer gesagt. Ähm. Die Info genau. LMX meine ich. Hat das halt gesagt. Der Herbig. Der hat das immer gesagt. Alle drei Monate reinigen und einlassen. Also, das erste Stück. Ähm. Mit dem Pinsel. Ähm. Da passiert gar nichts. Jetzt halt gehen wir mal, ja, zum Zweiten. Da will ich jetzt mal die Bürste verwenden. Ob da was übrig bleibt. So. Da gehen wir jetzt auch mal wieder ein wenig Wasser. Und ich gebe jetzt einfach mal ein wenig Produkt. Das war jetzt, glaube ich, auch wieder ein wenig viel gewesen. Produkt aufs Leder. Und jetzt halt tun wir mal mit der Bürste mal so ein paar Sekunden rubbeln. Die Bürste haben wir auch geschafft. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Bin wieder hier. So. So. Und hier. So. Auch hier. Auch hier. So. Hier mal. Auch hier mit der Bürste passiert gar nichts. Also, da macht ihr euch auf jeden Fall nichts kaputt. Also, ich kann empfehlen auf jeden Fall den Pinsel. Ich kann empfehlen die Bürste. Ja, was das jetzt halt war. Ja, mein Wecker ging los. Ja. Ähm. Wie früh ist es jetzt halt? Ähm. 9.50 Uhr. Da wollte ich aufstehen. Aber ich bin schon länger wach. So. Es wird auch heute nicht viel rumgeschnitten. Ähm. Das macht immer sau viel Arbeit. Und von daher, so was passiert halt einfach. So. Also, wir haben das erste gemacht. Wir haben den Pinsel gehabt. Wir haben jetzt halt die Bürste gehabt. Da passiert auch nichts. Und jetzt nehmen wir mal den Schwamm. Den tunke ich jetzt halt mal hier ins Wasser. Ins Wasser rein. Und werde jetzt halt mal den ein wenig aufschäumen. So. So. Reiniger drauf. So. Den schäumen wir jetzt halt hier ein wenig auf hier. Dumm, dumm, dumm. Hier ein wenig schön aufschäumen. So. Auch hier rubbel ich jetzt halt einfach mal. Ganz schön anstrengend so was, ey. So. Das sollte reichen. So. Auch hier. Ähm. Eigentlich nichts zu sehen. Und wenn dann nur minimal. Weil, ja, das Leder, das habe ich mir vor dem Laden geholt. Keine Ahnung, ob das jetzt ein wenig dreckig war. Das habe ich jetzt auch nicht gereinigt. Aber es, ähm, mit dem Schwamm macht man auf jeden Fall auch nichts kaputt. Also, Nummer 1, ähm, hat funktioniert. Nummer 2 hat auch funktioniert. Und mit dem Schwamm sowieso. Da passiert gar nichts. Also, die Oberfläche ist in Ordnung. Ähm, Nummer 4. Jetzt wird's spannend. Ähm, jetzt nehme ich einfach mal hier die Maschine, die die und halt da mal drauf. So. Einen kleinen Klecks. So, ich muss das jetzt mal hier eintauchen. Das gibt auf jeden Fall ein bisschen Sauerei. Aber, wir wollen ja sehen, ob da was passiert. Wenn wir jetzt da ein wenig mit Drehzahl, mit Drehzahl auf, äh, ja, auf das Leder gehen. Volle Power machen wir jetzt mal. So, jetzt gehe ich mal hier rüber. So, das. Ich sage jetzt einfach mal, das reicht. Ich will ja heute gar nicht so lang machen. So, ähm, selbst, ähm, mit der Maschine, da geht ein bisschen, ein bisschen farbig, ist es weggegangen. Aber, ja, mit Drehzahl wahrscheinlich, äh, klar oder logisch. Vielleicht war auch das Leder ein wenig dreckig. Aber, ja, das ist jetzt halt nur just for fun gewesen, dass ich mal so einen Vergleich mache. Ähm, das ist auch ein hardes Pad, von daher. Aber, das ist noch in Ordnung. Jetzt hat, ähm, ja, das war jetzt Test Nummer 4. Und, jetzt hat, wird es interessant, weil viele immer so einen Melamin-Schwamm nehmen. Jetzt rubbel ich da mal auf den Leder rum. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, weil Melamin-Schwamm, ähm, ist ja so ein Harz und ist Kunststoff. Und das wird, ähm, kann so hart werden wie, ähm, sagen wir es, wie Glas. Und, ähm, das ist eigentlich aggressiv. Also, ich würde es nicht verwenden für Leder. Aber, viele posten oder haben YouTubes Video gemacht, man kann super Leder damit reinigen. Ähm, ich sag nein. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken, ob wir damit irgendwas kaputt machen oder zerstören. Und, von daher, so, das waren die ersten 1, 2, 3, 4. Und, jetzt hat, nehmen wir mal hier nochmal ein wenig Wasser. Nehmen wir mal da so einen Reiniger. So, ich rubbel jetzt einfach mal, 1, 2, 3, paar Sekunden. So, und jetzt wollen wir mal schauen, was da passiert. Ähm, schauen wir mal. Hier rein, ähm, das Ding ist schwarz. Also, da geht Farbe runter. Die Oberfläche, wir machen uns die Oberfläche kaputt. Ähm, das Ding ist, ähm, ja, sau hart. Ähm, beziehungsweise, ähm, ich kann es nicht empfehlen. Ähm, da geht die Farbe runter vom Leder. Also, äh, tut mir an G'Fallen und. Ähm, reinigt euer Leder nicht mit so einem Schwamm. Also, ich kann es nicht empfehlen. So. Das, selbst das Wasser wird schwarz. Also, ich rubbel jetzt auch nochmal. Ich drücke auch fest auf, das ist ja Sinn und Zweck. So. Also, die Farbe geht raus. Also, jetzt tue ich das mal hier sauber machen. Und. Lass das jetzt mal trocknen. Ich lasse das jetzt einfach mal trocknen. Das schauen wir uns gleich nochmal an. So, was habe ich hier noch aufgebaut? Genau. Jetzt kommen wir zum anderen Test. So. So. So, jetzt mache ich aber jetzt gleich nochmal. Das machen wir zum Schluss. Ne, das machen wir jetzt, glaube ich. Wir vergleichen jetzt nochmal. So, ich brauche jetzt da nochmal den anderen Schwamm. So. Ich rubbel jetzt halt mal. Ich habe jetzt da noch ein weißes Leder. Um mal einen Vergleich zu machen. So. Auf der Seite rubbel ich jetzt halt mal mit dem Schwamm. Ich tue Reiniger drauf. So. Nochmal einen Reiniger drauf. Und jetzt halt rubbel ich einfach nochmal. Und dann schauen wir mal, ob wir mit dem Schwamm hier was runter holen oder kaputt machen. So. So. Es sollte reichen. Also, ich habe jetzt halt hier nichts runter geholt. Also, das Leder ist auf jeden Fall hier auf der Seite jetzt halt hier nicht beschädigt. Also, von daher alles cool. Und jetzt halt nehme ich den zweiten hier und rubbel mal. Ich tue mal ein wenig Reiniger wieder drauf. Auf der Seite hier. So. Auch hier können wir schön sehen, dass wir Farbe von dem Leder entfernen. Also, nicht zu empfehlen, so ein Melamin-Schwamm. Ich rubbel da jetzt nochmal ein bisschen. So. Hier kann man es jetzt, glaube ich, ganz gut erkennen. So. Meine Kamera halten. Ja, da ist die Farbe weg. Da ist die Farbe fort. Also, lasst die Finger davon. Nimm nicht so einen Schwamm. Das könnt ihr vergessen. So. Und zum Schluss. Am Anfang vom Video. Am Anfang vom Video habe ich ja so einen Kulischreiber drauf gemacht. Und das wollen wir jetzt auch mal uns angucken. Nein, das machen wir auf Seiten. Also, kurz sauber machen. So. Kurz sauber machen. Und dann können wir den Kugelschreiber entfernen können. So. So, ein wenig schön aufschäumen hier. Also, auf der Seite, da wo der Conditioner drauf ist, der 2.0, sollte der Kugelschreiber weggehen. Und auf der anderen Seite nicht. Das werde ich jetzt mal machen. Und wir zerstören uns auch das Leder nicht. Ich muss jetzt da noch mal so einen. Pad nehmen da. So, muss jetzt da noch mal kurz nachlegen. Aber der Effekt, glaube ich, sollte gut zu sehen sein, dass die Produkte von LMX wirklich gut sind. So. Ihr wart jetzt live dabei. Der Kugelschreiber. So, mal da hinten. Er ist auf jeden Fall weg. Und jetzt probieren wir nochmal die andere Seite. Sorry, Jungs. Ich muss da mich wieder ein wenig einscannen. So. Die Seite war behandelt. Die Seite ist unbehandelt. Das werde ich jetzt mal testen. Ob das jetzt auch weg geht. Ich bin mal gespannt. Gut zu sehen, dass der Reiniger nicht schlecht ist. Aber es bleiben Rückstände übrig. Von daher, der Conditioner, der schützt auf jeden Fall das Leder. Der pflegt das. Ist UV-beständig. Von daher, ich kann da nur empfehlen, vor LMX den Reiniger. Das ist jetzt nicht speziell ein Werbevideo oder so. Gar nichts. Es geht nur darum, dass ihr so einen Melamin-Schwamm nicht verwenden tut. Genau. So. Wir haben jetzt alles getestet. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben jetzt ja da, wie gesagt, einmal hier das mit dem Kugelschreiber gemacht. Wir haben ja den Schwamm benutzt. Und den Melamin-Schwamm, der wo die Farbe abgetragen hat. Das ist nicht Sinn und Zweck. Wir haben ja den Pinsel. Ich kann den Pinsel empfehlen. Ich kann die Bürste empfehlen. Und ich kann auf jeden Fall solche Schwämme von LMX empfehlen. Und den hier, das könnt ihr vergessen. Von daher, ja, mit der Poliermaschine, das war nur ein Gag. Aber, wie gesagt, wenn man vielleicht größere Flächen hat, mit einem weicheren Schwamm, kann man es vielleicht genauso machen. Aber das müsst ihr selbst wissen. Ja, das soll es gewesen sein. Genau. Dann sehen wir uns demnächst mal wieder. Ich räume jetzt auf. Und ja, das war es. Tschüss. 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 Tschüss.